Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute der erste Teil der Videoreihe Behind the Scenes nenne ich sie jetzt mal. So ein bisschen die Story hinter den Bildern, die ich so auf Social Media veröffentliche. Wie ich an das Bild gekommen bin, was es da so für Herausforderungen gab und so weiter und so fort. Anfangen möchte ich heute mit einer Story aus dem letzten Jahr und zwar geht es dabei um die Maria Gernkirche in Berchtesgaden. Ich habe letzte Woche ein Video hochgeladen, die besten Fotospots in Berchtesgaden und einer dieser Spots ist eben diese Maria Gernkirche. Ich war glaube ich sieben Tage in Berchtesgaden und kleiner Spoiler vorab, vier davon habe ich unter anderem an dieser Kirche verbracht aus einem sehr speziellen Grund. Am ersten Tag an der Kirche angekommen, da wollten wir zum Sonnenuntergang dahin und ein Foto machen, habe ich leider festgestellt, dass da ein roter Wagen steht, also ein rotes Auto an dieser Kirche steht, die aus keiner Perspektive irgendwie nett aussieht, wenn da ein Auto vorsteht. Also das zerstört einfach diese komplette naturbelassene Idylle, die das Foto ja vorgeben soll und die auch eigentlich, bis auf halt die Straße, die da langläuft, der Realität entspricht. Die Lage dieser Kirche ist wirklich sehr, sehr schön, nur zerstört dieses rote Auto einfach. Das ist ein Eyecatcher, der da nicht hingehört, meines Erachtens nach. Ja, das habe ich dann auch auf Social Media geteilt, so nach dem Motto, ja, ist heute blöd gelaufen, aber der wird ja morgen wohl nicht dastehen. Ich komme am nächsten Morgen dahin und man sehe da, das Auto steht wieder da. Ich packe das wieder in die Story und kriege dann von einem Follower die Mitteilung, dass er das Auto kennt, weil das dem Wirt, also da gegenüber von der Kirche ist wohl ein Gasthof und diesem Wirt gehört wohl dieses rote Auto. Ja, das stellt schon mal ein ziemliches Problem für diesen Spot da. Ich muss sagen, dass diese Kirche war schon immer eigentlich, seitdem ich fotografiere und mich mit Spots in Deutschland auseinandersetze, auf meiner Bucketlist. Dementsprechend wollte ich das Ding einfach abhaken. Wer weiß, wann ich mal wieder in Berchtesgaden bin, in dieser ganzen Umgebung da. Wenn ich schon mal da bin, möchte ich all das, was ich mir vorgenommen habe, zu sehen und zu fotografieren, auch fotografieren, aber ich wollte es halt nicht fotografieren mit diesem roten Auto. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass es irgendwie mal verschwindet. Ich fahre also am nächsten Abend nochmal dahin und siehe da, das rote Auto ist immer noch da. Ich habe ohne, ich bin da nur vorbeigefahren. Also das Schöne an dem Spot ist, theoretisch kann man direkt da parken, hat es nicht weit zu laufen zu den gängigen Perspektiven. Aber wenn ich sehe, das rote Auto ist da, fahre ich direkt wieder durch. Das ist circa 20 Minuten von unserer Unterkunft entfernt gewesen. Von daher ging es noch einigermaßen vom Aufwand her. War jetzt auch nicht mit großartigen Wanderungen verbunden, um das dann irgendwie auszuchecken, ob das machbar ist. Von daher alles im Rahmen gewesen. Aber nach dem dritten Mal war ich schon etwas genervt von der ganzen Nummer. Ja, am Tag der Abreise habe ich mir gedacht, heute probiere ich es nochmal, weil ich werde mich ärgern. Wenn ich zu Hause angekommen bin, wäre ich das Garten, das weiß ich nicht, neun Stunden entfernt von meinem Wohnort. Da fährt man nicht mal eben hin. Ich möchte das eigentlich echt abhaken. Ja, ich am nächsten Morgen angekommen. Sonnenaufgang war auch nur so okay. Also wirklich nichts Interessantes. Kein Farbenspiel, keine Wolken und so weiter. Da hatte ich von den vier Versuchen theoretisch schon was Besseres dabei. Ja, ich habe sonst auch immer alles an Equipment dabei gehabt. Weitwinkel, Standardzoom, Tele und so weiter und so fort. Was passiert immer an dem Morgen? Ich mache den Kamerarucksack auf, gucke rein und habe genau zwei Objektive dabei. Ich habe keinen Filter oder so dabei gehabt. Das lag alles in der Ferienwohnung. Dann habe ich dabei gehabt, ein 70-200 Teleobjektiv und ein Wildrox 23mm 1.4. Da gibt es auch ein Review zu auf dem Kanal. Das habe ich zum Testen dabei gehabt, aber halt für ganz andere Zwecke eigentlich. Damit wollte ich jetzt nicht meine Bucketlist abhaken. Das wollte ich, wenn möglich, schon mit Vollformatobjektiven machen. Ging dann aber nicht. Sprich, ich musste entweder mit einem Teleobjektiv fotografieren, was ich auch getan habe. Und zwar habe ich das so gemacht, dass ich mehrere Aufnahmen gemacht habe, quasi geschwenkt beim Fotografieren und es dann später in Querformat Panorama zusammengesetzt. Ergebnis, siehe hier, mit diesem roten Auto. Ja, dann habe ich mir gedacht, ja, wenn ich dann schon mal hier stehe und ich habe eh nur die beiden Objektive, dann packe ich halt das 23mm noch drauf. Habe natürlich das Problem, dass die Kamera croppt, 1,5 Faktor und so weiter, wegen APS-C Objektiv. Habe dann da so meine Bilder und haue dann gleich auch wieder ab. Zwischenzeitlich hatte ich schon eine Instagram-Story gemacht nach dem Motto, ich gebe jetzt auf. Weil Versuch Nummer 4, ich hätte nur noch tagsüber irgendwie da vorbeifahren können, weil das war der Tag unserer Abreise. Und wirklich kurz bevor ich eigentlich gehen wollte, sehe ich, dass dieses Auto sich da morgens um 7 oder wann das war, sich da wirklich wegbewegt. Ich weiß nicht, ob der Wiat einkaufen musste, zum Bäcker wollte oder wo auch immer hin. Auf jeden Fall hat er sich aus dem Staub gemacht. Das war meine Chance, auch wenn nur mit sehr eingeschränktem Equipment und mit bescheidenen Lichtverhältnissen. Also jetzt kein Game-Changer-Licht gewesen. Aber nichtsdestotrotz hat sich zumindest dahingehend die Hartnäckigkeit gelohnt, dass ich das Motiv in der Art und Weise abgelichtet habe, wie ich mir das immer ausgemalt hatte. Weil das ist so ein bisschen mein Problem, überall wo ich hinfahre und wo ich mich ein bisschen intensiver mit auseinandersetze, da habe ich eine konkrete Vorstellung davon, wie das Foto final aussehen soll. Und wenn das nicht funktioniert, habe ich entweder schlechte Laune oder ich komme nochmal, um es besser zu machen. In dem Fall hatte ich, obwohl ich es dann besser gemacht habe, immer noch ein bisschen schlechte Laune, weil mich einfach dieser ganze Umstand genervt hat. Ich war viermal da für ein Foto, was dann letztendlich okay ist, wie ich finde. Ihr seht ja parallel die Ergebnisse. Es ist jetzt nicht verkehrt, aber wie gesagt, ich war schon an Momenten da, wo das Licht und so weiter deutlich ansprechender gewesen wäre. Klar, hätte man retuschieren können und so weiter. Aber ich habe auch da den Anspruch, das einigermaßen in Camera zu lösen, nicht großartig dann irgendwie in Photoshop, Lightroom und so weiter noch rumzuschrauben, wegzuretuschieren und so weiter. Zumal das an der Kirche auch ein bisschen anspruchsvoll gewesen wäre, weil ja noch ein bisschen Verzierungen auf der Fassade und so weiter. Ja, und so habe ich dann bei Versuch Nummer vier, ich glaube, ich war an keinem Spot, seitdem ich fotografiere, jemals so oft, um quasi ein Basic-Foto hinzubekommen. Aber es hat sich nichtsdestotrotz dahingehend für mich gelohnt, dass ich es von meiner Bucketlist abgehakt habe, dass ich ein Ergebnis habe, mit dem ich einigermaßen zufrieden bin. Und ja, das macht die Fotografie, finde ich, auch ein Stück weit aus. Gerade die Landschaftsfotografie, die kann sehr, sehr deprimierend sein. Du läufst zwei Stunden auf irgendeinen Berghof und dann hast du keinen wirklichen Sonnenuntergang und musst dann im Dunkeln da runter und du kommst quasi ohne Ergebnis wieder. Du bist noch total zugefroren, weil es irgendwie minus zwei Grad ist, hast die Handschuhe vergessen und so weiter. Also Landschaftsfotografie kann unfassbar frustrierend, aber auch unfassbar belohnend sein. Und das ist so ein bisschen das, was den Reiz meines Erachtens nach ausmacht, bei dem Foto dahingehend, dass ich es einfach immer wieder probiert habe und ich dann irgendwie auch ein bisschen Glück hatte, dass ich halt zur richtigen Zeit dann am richtigen Ort war. Und das ist ja auch das, worum es in der Landschaftsfotografie zumindest ein Stück weit geht, richtiges Timing zu haben, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Man kann es durch beispielsweise Wetter vorhersagen, kann man sein Glück ein bisschen erzwingen, aber am Ende des Tages ist man immer abhängig von externen Faktoren. Es ist immer eine kleine Glückssache und das ist das, was für mich ein bisschen den Reiz ausmacht. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ähnliche Situationen hattet, wo ihr öfter zu einem Spot fahren musstet. Ob es sich dann für euch gelohnt hat oder ob ihr sagt, ich fahre da einmal hin, wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, dann ist es auch okay. Ich mache trotzdem meine Bilder und das reicht mir völlig aus, was ich auch verstehen kann. Viermal zu einem Spot ist schon ziemlich, ziemlich nervig. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video schon mal gefallen als Einstieg in diese Reihe. Da werden in Zukunft noch einige weitere Bilder besprochen, vielleicht auch ein bisschen Bilderreihen und so weiter, ein bisschen Behind-the-Scenes geliefert. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.